bestellungen kauf von laminein omega plus 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 digestiv plus plus immun plus 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 können nur über einen empfehlungsgeber bezogen werden bitte also den empfehlungslink ihrer kontaktperson erfragen wenn es noch keinen empfehlungsgeber gibt dann über das team zentralschweiz unter https.com bestellen den link dazu gibt es auch unterhalb des videos bitte um beachtung dass ich hier keine heilaussagen machen darf und alle informationen nur erfahrungen von kunden und anderen teampartnern aus der vergangenheit sind es gibt daher keine garantie für die zukunft denn jeder mensch reagiert anders mir liegen derzeitig keine ärztlichen berichte vor die von medizinischer seite bestätigt sind alle erfahrungsberichte sind somit individuelle oftmals subjektive und persönliche wahrnehmungen des einzelnen bei beschwerden solltest du unbedingt deinen arzt oder deinen heilpraktiker deines vertrauens konsultieren kommen wir nun zur registrierung durch anklicken des links deines empfehlungsgebers landest du auf seine webseite was ich dir nun gleich zeigen werde dazu bin ich nun einmal in den browser gewechselt oben in der url leiste habe ich dazu meinen link eingetragen bitte verwende dazu den link den du von deinem empfehlungsgeber bekommen hast oder wie gesagt noch mal den link unterhalb des videos wie kann ich nun laminaen omega plus plus immun plus plus und digestiv bestellen das geht im grunde ganz einfach zum einen stellen wir hier oben unsere sprache um was ich hier in schweizerland deutsch gemacht habe somit ist die sprache auf deutsch eingestellt und ich kann alles richtig lesen nun gehe ich auf jetzt beitreten wähle hierzu noch einmal das land aus in diesen ländern kannst du laminaen bestellen und wir gehen runter bis zur schweiz da ist sie klicken hier nun auf go wählen dazu noch einmal die sprache aus auf deutsch wenn sie auf englisch stehen sollte hier oben drüber steht der empfehlungsgeber link den habe ich gerade einmal ausgegraut kommen wir nun zur bestellung von laminaen die erste empfehlung von live am club network ist dass du morgens und abends jeweils 4 nimmst wenn du mit laminaen startest nach den vier tagen je nach befindlichkeit startest du dann mit zwei morgens und zwei abends idealerweise dann auch mit omega plus 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 wie kann ich das die richtige menge nun bestellen am anfang im ersten monat brauchst du definitiv 120 laminaen und daher bestellen wir auch 120 stück die finden wir hier unten daher klicken wir auf auswählen für den ein oder anderen könnt ihr natürlich auch noch gleich als weiteres produkt laminaen bzw omega plus 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 bestellen oder digestiv und immun plus plus das könnt ihr jeweils auswählen dazu einfach die beliebige menge auswählen und anschließend bitte daran denken auf auswählen klicken wir gehen nun den nächsten schritt dazu ganz nach unten auf weiter und können nun im nächsten schritt die auto belieferung einstellen wichtig laminaen sollte definitiv für einen längeren zeitraum genommen werden ich empfehle daher von anfang an die auto belieferung einzustellen der vorteil eine auto belieferung ist dass du von anfang an wenn du das promotion pack nimmst vier monate dein laminaen bestellt und im fünften monat bekommst du gratis produkte von lifeharm global network als bonus geschenkt gehst du die auto belieferung erst nach der zweiten bestellung ein oder in der zweiten bestellung somit bekommst du dann deine gratis lieferung erst im siebten monat nach derzeitigen stand daher wenn du dein gratis geschenk früher haben möchtest stelle deine auto belieferung jetzt dann gleich ein wie machst du das du startest auch hier wieder mit dem ego advanced pack klickst auf auswählen der vorteil ist wenn du es über die auto bestellung machst dass du dann sogar noch einen zusätzlichen rabatt bekommst denn hier kostet dann nur noch 105 euro zusätzlich bestellst du für die auto bestellung für den nächsten monat eine omega plus 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 hinzu anschließend auf weiter klicken nun gibst du bitte hier deinen kompletten namen vornamen ein geburtsdatum ist optional ist also nicht zwingend deine handynummer in der du am besten erreichbar bist wichtig e mail adresse e mail adresse zweimal eingeben dann deine favoriten sprache auswählen die sollte dann deutsch kommen dein geschlecht und am besten kommunikationseinstellungen e mail sonst würdet ihr nämlich per textnachricht sprich sms zusätzlich nachrichten bekommen unter anderem auch werbung vielleicht so dann unten drunter die versandadresse angeben und wie ihr seht steht hier unten drunter euer land für das ihr euch entschieden habt eine nachträgliche änderung nach der registrierung ist nur noch über den support möglich kommen wir nun zu den zahlungssystemen wenn ihr das alles oben ausgefüllt hat stehen euch derzeitig eine kreditkarte zur verfügung eine gift card die ihr in jeder tankstelle euch besorgen könnt oder über paypal meine empfehlung ist ganz klar die kreditkarte wenn ihr aber keine kreditkarte habt dann nehmt die auswahl paypal und richtet bei paypal gleich ein konto ein und verbindet dazu euer giro konto sobald ihr das giro konto verbunden habt und eine zahlung abwickelt wird das automatisch von eurem giro konto über paypal als zahlungsanbieter abgewickelt wenn ihr paypal auswählt wird dieser schritt erst ganz zum schluss ausgeführt führt mit der zahlung wenn ihr kreditkartenzahlung nehmt dann dürft ihr hier gleich entscheiden welche kreditkartentyp ihr verwendet egal ob visa mastercard americans press oder discover jede form von kreditkarte die hier aufgeführt ist ist möglich erst wenn ihr eure daten eingegeben habt dürft ihr hier unten euren benutzernamen festlegen den ihr zum einen zum login benötigt aber auch zum anderen natürlich für euren empfehlungs link gibt dazu einfach mal den gewünschten benutzernamen ich gebe jetzt einfach mal tester ein schon seht ihr wie euer empfehlungs link ausschauen wird und einfach auf prüfen drücken und hier seht ihr dann ob euer link eurer nutzernamen schon vergeben wurde oder nicht wenn ich jetzt mal sage mickey maus und prüfe dann steht hier auch herzlichen glückwunsch mickey maus ist noch verfügbar dann füllt ihr kennwörter aus eure sicherheitsfragen als sicherheitsfragen stehen nur diese fünf zur verfügung akzeptiert anschließend die geschäftsbedingungen und führt mit weiter den kompletten prozess zu ende viel spaß bei der registrierung von laminaim noch ein kurzer hinweis in der regel dauert die belieferung zwischen drei und fünf werktagen wichtig an wochenenden zählt das natürlich nicht werktage zählen in der regel nur von montag bis freitag viel spaß mit laminaim wenn ihnen unser kanal gefällt dann abonnieren und liken sie und kommentieren sie unsere beiträge und somit wünsche ich ihnen viel erfolg und viel gesundheit mit live am blogger network beim wir Untertitelung des ZDF, 2020